Heute für euch die drei Top Moves von James Harden. James Harden, einer der besten Scorer in der NBA, benutzt für das gleiche Intro verschiedene Ausgangsvariationen. Heute gibt es drei Stück für euch, aber erstmal die Basis. Ihr begebt euch in eine Schrittposition, euer Schwerpunkt ist tief und James Harden ist Linkshänder, genau wie ich, deswegen kommt mir das natürlich sehr entgegen. Das heißt, das rechte Bein ist geladen und ihr könntet raus explodieren. Dabei geht er immer wieder between the legs. Das heißt, das ist eure erste Aufgabe, hier den Ball von links nach rechts zu führen. Wichtig ist dabei, dass der Ball auch wirklich von links nach rechts geht, nicht von vorne nach hinten, weil vor euch ist der Gegenspieler, der ihn wegschlagen will. Erste Aufgabe also hier, von links nach rechts und zu variieren, auch von hinten. Oder ein bisschen härter und der Ball geht weiter von links nach rechts oder ihr seid hier unten und macht kleine Dribblings. Das ist die erste Aufgabe. Das ist die erste Aufgabe. Einfach mal. Zehn eng. Zehn mittel. Und zehn weite. Ausstiegsvariante Nummer eins ist die einfachste. Der drei aus dem hinteren Bein pusht ihr euch raus. Noch ein Dribbling und ich mach das Ganze und ihr könnt das Ganze am Anfang von der Freibufflinie machen. James Harden agiert natürlich mit diesen drei Moves auch weit außerhalb der Dreierlinie. Aber um die Sache zu üben, für euch erstmal Abhöhe Freibufflinie. Ihr fangt wieder an mit den Between the Legs Dribbles. Links und rechts. Und das ist der Punkt, wo James Harden seinen Verteidiger schon schläfrig macht. Ein bisschen vom Rhythmus abwechselt. Und irgendwann nach den Between the Legs. Boom. Hier geht ihr nach vorne. Letztes Dribbling. Linke Hand, rechter Fuß. Und links, links. Finish. Okay? Das heißt wir machen zum Beispiel zehn Stück. Links, links, finish. Okay? Das würde ich sagen, macht ihr für zehn Raps immer zehn Mal und Finish links links. Was heißt? Eins, zwei, 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 sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf, eins. Links, links, finish. Okay? Davon macht ihr zehn Raps und gleich gibt's Ausstiegsvariante zwei. Die zweite Variante ist der sogenannte Toe Touch Step Back. Okay? Viele, die sich nicht so auskennen, die denken, war das nicht ein Schrittfehler? Aber ich werde euch gleich noch genau erklären, warum das Ganze kein Schrittfehler ist. Ihr begebt euch wieder in die Ausgangsposition, habt hier wieder eure Dribblings. Ja, variiert auch mal, hier mal schnell zu machen und dann vielleicht eine Pause. Und anstatt jetzt nach vorne links zu gehen mit eurem Momentum, nutzt ihr jetzt den Ball. Nicht der links rauskommt, sondern auf der rechten Seite mit einem harten Dribbling. Der Ball hängt hier. Der Pickup, also der Moment, wo die zweite Hand zum Ball geht, ist relativ spät. Und sobald der Ball hier die rechte Hand berührt, setzt ihr den linken Fuß nochmal hier hin. Boom nach hinten. Platz kreieren zum Verteidiger und hier zum Jumpshot hochgehen. Das heißt, Ausgangsposition wie eben, ja, anstatt jetzt hier nach vorne zu gehen. Dribbling, Ball hängt, ganz wichtig. Step, dann geht erst die zweite Hand an den Ball. Zack, eins, jetzt ist der Pickup und dann geht's hoch und hoffentlich rein. So sieht das Ganze aus. Kleiner Tipp, um möglichst viel Platz zu kreieren für eurem Gegenspieler. Wenn das ja eure Ausgangsposition ist, für die Hands hier, müsst ihr den Schritt mit links, von dem ihr euch abstoßt, möglichst nah ranbringen an den rechten Fuß. Weil wenn ihr nur bis hier geht, verschenkt ihr Platz, den ihr nach hinten gut machen könnt. Das heißt, wenn ich hier bin und tief bleibe und den Step bis hier mache, kann ich sehr viel Platz nach hinten kreieren. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Achtet darauf, viel Platz zu kreieren, den ersten Schritt weit zu machen, nah ran zu nehmen und zweitens den Ball spät aufzunehmen, um den Schrittfehler zu vermeiden. Das war Ausstieg Nummer zwei. Jetzt kommt der letzte Ausstieg. Die dritte und letzte Ausstiegsvariante. Manche von euch können sich erinnern, ich verlinke das Video auch nochmal hier oben, beim NBA Breakdown mit Kobe Björn vor ein paar Wochen, ging es darum, dass Harden wieder in der gleichen Ausgangsposition ist. Und wenn der Ball hier hängt, anstatt dem Step Back, den wir gerade hatten, geht er von hier in den Switch. Das linke Bein ist jetzt geladen hinten und er kann sich hier nach rechts abstoßen. Ich verlinke das Video nochmal, checkt das auf jeden Fall ab, weil wir da sehr im Detail nochmal drauf eingehen. Das heißt, eure Aufgabe ist, vom rechten hinteren Bein, wie wir die ganze Zeit gestartet haben, hier wieder sechs Dribblings. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ball hängt, ganz wichtig, deswegen hart dribbeln, damit der Ball hängen kann, ohne dass ihr die Hand unter dem Ball nehmen müsst. Füße switchen, linkes Bein ist geladen, ihr pusht euch raus und dann entweder, ein Dribble, gleiche Hand, gleiche Fuß, wie eben. Oder was Harden auch super gerne macht, von hier. Im Beispiel vom Breakdown hat er hier direkt den Floater genommen. Oder ihr nehmt den zweiten Schritt dazu, von hier Eurostep auf die andere Seite, links, links, Finish. So sieht das aus. Harden, drives, dunks. Oh, baby. Und er bekommt ein schönes Lowe 5 von Russ Westbrook. Hier ist ein Tier. Boom. Finish. Das war James Harden mit den drei Ausstiegen und jetzt seid kreativ. Geht zum Beispiel durch die drei Ausstiege durch. Zehn Makes vom ersten, zehn Makes vom zweiten, zehn Makes vom dritten und dann seid kreativ. Tragt das Ganze, wenn ihr könnt. Auch raus unter die Dreierlinie. Auch mal auf die Wing Position zum Beispiel. Und probiert einfach mit diesen drei Optionen zu spielen. Und dann natürlich nicht nur alleine, sondern auch im Eins gegen Eins, damit ihr das irgendwann auch ins richtige Game integrieren könnt. Checkt nochmal den Breakdown. Abonniert, Glocke an. Ihr kennt den ganzen Spaß. Let's get it. Bis zum nächsten Video. Hey.